eine bombe ich habe eine bombe hast du gehört oder gefunden oder entweder war es Buddy oder Spray oder endlich ne der Typ ist gerade weggerannt der mit der Pistole geschossen hat weiß aber nicht genau wer das war also die unten sind gerade kanzig gewesen sein gerade Stranger und Pinkweed waren es auf jeden Fall dann nicht hier oben ist gerade einer explodiert na wenn da einer sagt dass da oben Cephäle gehe ich da nicht hin sind oben Leute gestorben hier ist ein Spray der ist oben explodiert einfach ich habe die Bombe oben gecallt nicht sehr entalent auf jeden Fall ich weiß nicht ob ich jetzt fahnen kann ich weiß nicht ob ich jetzt fahnen kann ich weiß nicht ob ich jetzt fahnen kann lab check ich könnte ihn mhm Entplayer liegt hier unten explodiert also das ist wahrscheinlich der in der Bindung rum Unintified Buddy is a Traitor Wer kommt denn sowas? Ab der André? Ich weiß nicht warum Mann ich war gerade am Essen André du kannst mich nicht erschießen wenn ich jetzt nur das ist unfair Wer ist tot? Ob wir vielleicht später das ist aber nicht gut Life check Dann pingen sie sich noch Hallo Er hat sich mal eine richtige rifle da liegt einer meiner Leiche wenigstens Ja das liegt mal Entschuldigung André hat eine richtige rifle Hat der André eigentlich auch eine Deagle? Weil die hatte ich falls du noch eine Deagle braucht falls einer eine Deagle braucht von euch beiden Dankeschön Wieso stehe ich die Deagle bei dir? Ich hab's gerade wieder Wer brauche ich ja wohl nur um ihn wegzudrücken Oh cool Oh das ist ja unlucky 21 Sekunden Hä? Ahahaha Also entweder leckst du oder ich Ja man leckt drin Was? Du hast gerade bei mir zweimal geschossen Und nach 2 Sekunden nach dem zweiten Schuss bin ich umgefallen Einfach so Ich weiß nicht, ich hab ja gedacht vor 20 Sekunden wurde er mit einem Deagle Headshot getötet Und auf einmal steht er einfach da und guckt uns an Was hab ich Er hat bei den zweiten Schuss auf mich doch noch getroffen Ja aber jetzt war ohne der Scheiß Bei mir war gar nichts Also Keine Ahnung Ich hab halt keinen Schuss bei mir und ich bin schon klatscht Das Ich hab schön in die Schulter geschossen Das war richtig DNA Ich bin züllt Bitte? Ich lass DNA dran an Oh Viel zu weit Viel zu weit Viel zu weit Das ist die Konten noch Okay Das krieg ich hin Oh Oh Er ist weg Lass mich doch Wer schießt doch? Wer hat denn jetzt geschossen? Was ist da los? Marcel steht im Chat als KOS gecallt Ne? Dieses KOS ist nicht aufgehoben Ich hab nur ne die bis jetzt Ich hab nur ne die bis jetzt Wow Wow Keine Ahnung Bitch wieso hast du denn jetzt KOS gecallt? Ray Hä? Das ist meine Waffe Was? Meine Auf Seite Auf Seite Nein Mach Seite Nach Seite Weil ich eigentlich den Rika KOS falten wollte Im Gleiche hat er jetzt für immer hier stehen Und dann hat er mich halt schon erschossen bevor ich über die Leiche untersuchen konnte Ach crazy Ja Warum denn jetzt zurückguckert Ähm Weil Würdest du mir das nicht sagen können Bevor ich den gerade umgenutzt habe Oder doch nicht Ähh Ja ich war gerade am tollen Fortschirm Weil der über ner Leiche stand Und erst was gesagt hat als ich an ihm vorbeigelaufen bin Er stand auf der Balustrade Lebt hier noch jemand? Hallo? Ich bin noch am Leben Okay das ist gut Ich bin noch am Leben Pfff Jeff 3.0 Ehh 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 Nee Kriegst du schon noch mit Ich hab Antenes gemalt Na ich glaube jetzt musst du ganz scharf drauf gucken Oh wie viel Hey, hey, wer hat mich angeschossen, ich bin fast... Ey, yo! Ja, muss trotzdem gucken. Oh, 1 HP, 1 HP! Let's go! Was passiert? Was ist das denn? Boah, die Glühne! Mach mal aus, Bruder! Boah, die Glühne! Mach mal aus, Bruder! Aber ich hatte grad ne Diegel mit, äh... 8 zu 33. Ist auch das. Hätte einer geschossen mit der Diegel, du hast nachgeladen instinktiv. Nö! Nö! Der sterben Leute vom Turm. Äh, ne, der lag... Der... Der... Hing hier am Turm. Ich weiß nicht. Ich hab den mal runter geschossen. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt noch identifizieren können. Ähm... Nö! Aber man kommt ja nicht aus. Deswegen... Kann ich... Kann ich jetzt springen? Doch, klar. Kannst du doch mal runter springen. Ja, so! Okay. Also ich will jetzt nicht unbedingt sterben. Ich will jetzt nicht unbedingt sterben. Schnell, ne? Ich komm nicht allein vorbei. Nur hier. Du hast eigentlich... Zwischenseitig den Disco rausgeholt. Ich hab's... Was? Als er da auf dem Dach stand, ist... Da hochgeguckt, ist zum Tower... Also zwischenseitig den Disco rausgeholt. Überleg, ob ich den so weit werfen kann. Wirklich? Ja. Also soweit ich kann... Ich hab's gar das noch niemals, oder? Habt ihr die gleich runterbekommen? Keine Ahnung, hab's nicht versucht. Irgendjemand hat doch einen Disco oder... ...geworfen, oder? Hm. Wirklich? Die Autos sind ja auch nicht. Du kannst ja nicht 100% hinzuordnen, wo der Schuss herkommt. Also von daher. Ja, du kannst nicht zuordnen, wo der herkommt. Aber du kannst was die Geräusche machen. Du kannst jedenfalls schießen, egal ob man... ...die ganze Map across ist. Da ist weg. Aber das ist zu langer Fall. Das tut mir leid. Ist man da gar nicht tot? Ich will sehen keinen. Und ich will auch keinen. Ich glaub Steilers Proven. Das beträuflich. Boah, ich... Ich bin so blind gerade. Du liegst, ne? Das ist krass. Okay, einschlafen schieß ich dich ab. Oh. Ich hab wieder nur den Rücken bekommen. Ich hab wieder nur den Rücken bekommen. Welche Waffe hast du? Die Green? Äh, ach ne. Wo bist du? Die Green? Sag mal. Ah, okay. Gut. Die Green ist eigentlich Proven. Ich kann mich abschießen, aber... Kann ich mich dann selbst umbringen? Ne, danke. No, ne? Weg, geh doch weg! Kann ich den auch von nem Lebenden nehmen? Ja, was ist das für ne Tübe jetzt, oder? War keiner. War die Kiste gegeben. Nein. Hallo! Boah, schön viel! Nice! Das ist gut. Nice! Boah, richtig stark die Runde zum Ende abgespielt, ey! Eieiei! Kommt denn da einer in die Wand? Boah, dann Phil ist besser. Also, Phil ist mein Freund. Aua! Ich hab nen Prop fast eben getötet, weil ich runtergefallen bin. Ich hab mir 80 Schaden gemacht. Ach du, du wärst grade erschossen worden von nem Trader, als du die Leiche wegberäumt hast. Ah, was, was mach ich hier eigentlich für ne Scheiß? Warte kurz, warte kurz, ich hab ne Idee... Ich glaub unser Detail ist verstorben, kann das? Ah, was? Fehler voll quillen. Was? Na? Ach, klar. Sublusion. 101. Jetzt weiß es auch. Oh, ich hab noch DNA drin. Nee, leider nicht. Oh, schade. Uff! Also, das ist absolut lächerlich, Alter, ganz ehrlich, ey. Der cheatet auch. Hab ich mir sagen lassen. Hab ich auch gehört.